Hallo ihr Lieben, ich heiße Anni Perker und ich bin jetzt heute hier zum Start meiner Autogrammstunden-Tour im Einkaufszentrum Schöner Aussicht. Ich bin schon ehrlich gesagt etwas nervös, denn heute ist es soweit. Mein neues Album, Dafür lebe ich, ist ab sofort überall erhältlich. Holt es euch unbedingt und ich freue mich auf eure Reaktion. Dafür lebe ich, für das große Glück, diesen Augenblick, dafür lebe ich, dass es Wärme spüren, den Himmel alle spüren, das will die Welt mit dem Herzen spüren. Ich habe jede Menge zu erzählen, also ich bin vor allem voller Lebensenergie und Lebensfreude. Und wenn man das erste Album schon kennt, Lass uns träumen und jetzt das zweite, Dafür lebe ich. Man merkt ja irgendwie, das hat alles so einen roten Faden, also es ist immer noch irgendwie das gleiche Thema. Also dafür lebe ich, ich bin eine Träumerin, ich träume viel, ich habe mit den Leuten am Anfang noch geträumt und ich lebe meinen Traum und für die Träume und dafür lebe ich, vor allem aber auch für die Musik. Musik Ja, ich bin jetzt erstmal froh, dass das zweite Album endlich da ist und ich freue mich auf die Zeit jetzt rund um das Album. Also auf die Promotour, auf die Autogrammstunden-Tour, dass ich in den Centern bin und dass ich den direkten Kontakt auch zu den Menschen habe und überhaupt erstmal das direkte Feedback bekomme, ob die Songs gut sind, wie die Songs sind und ja, die Reaktion. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Musik Danke schön Vielen, vielen Dank, liebe Anni. Ich bin jetzt hier neben mir und ich schreibe lassen, dass ich hier kommt, sie wieder zu mir auf das Kusslitzel. Denkst du auch mal zu mir, dass ich nicht... Musik Musik